Das Hotel Parmasuitis liegt in Palma de Mallorca in Mallorca. Das Hotel Parmasuitis ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung was den Service, das Essen, Ambiente und die Lage anbetrifft. Die drei Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,1 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur drei Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Mit 5,4 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,4 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5,2 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,2 von 6 Sonnen. Service. Das Hotel bietet eine gute Servicequalität und wird in diesem Punkt mit 4,7 von 6 Sonnen bewertet. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4 von 6 Sonnen wert. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.